Letztes Mal wieder länger dauert. Runtime. Ein zuverlässiger Partner. Alles kann, nix muss. Wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach erst den Link in der Beschreibung. We are live. Live from the kitchen. Marlene ist gerade irgendwie weg, wie ihr seht. Hier ist einfach ein leerer Tisch. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Woods Kitchen. Hello everybody. Oh, hello, where are you? Oh, hello. Zwei nice dudes here at me. Nein, Quatsch. Freunde, herzlich willkommen bei der allerersten Folge Woods Kitchen. Hello everybody. Wir haben lange darüber gesprochen. Jetzt ist es wahr. Die allererste Folge. Heute kochen wir was genau? Chris, was habe ich gesagt? Wie heißt das? Falsches Gehirn? Richtig, richtig. Wir machen heute falsches Gehirn. Klingt spannend. Ist es auch tatsächlich? Die Zutaten und so weiter folgen gleich. Natürlich wird heute mit filigranem Werkzeug gekocht. Schnöde Messer und so weiter sind hier tabu. Hier wird richtig gekocht, Freunde. Also, ich sag's mal so. Männlich. Ich hoffe, es wird niemand verletzt. Vor allem nicht ich selbst. Das wäre mir ultra lieb. Chris macht heute die Kamera, beziehungsweise assistiert mir. Gut. Was haben wir denn hier Schönes? Wollen wir erst mal zeigen, was wir gerade noch gebaut haben? Oder wollen wir das ganze Setup erst mal zeigen? Ja, nein. Du hast vollkommen recht. Chris hat eine Idee. Chris hat eine Idee. Wir hatten hier eine Rolle Zeva und wussten aber nicht, ne? Wo machen wir die hin? So schnell da auf den Tisch stellen. Haben wir gesagt, machen wir nicht. Guckt euch das an. Ja? Das hier ist quasi the perfection of life. Life. Let's do it yourself. Zeva Rollenhalter. Ja, ja. Fritz ist übrigens auch da. Heute wird frisch gekocht. Ich habe sogar unglaublicherweise Bio-Eier besorgt. Das heißt, Bio-Eier kennt man daran. Kein Stempel. Und jetzt hier nicht Bio-Eier mit falschem Etikett, sondern tatsächlich Bio-Eier mit, äh, ich weiß, wo sie herkommen. Ich kenne die Hühner persönlich. Frisch aus dem Hintern raus von dem Huhn hier auf dem Tisch. So. Und um das zu beweisen, gönnen wir uns natürlich erst mal eine kleine Vorspeise. Achtung. Ach. That's protein. Freunde. Denn bei mir gibt es eine Regel. Alles muss minimum einmal roh probiert werden. Bevor man es quasi verarbeitet. Denn manchmal erschließen sich neue Synapsen über den Geschmack einer Sache, die roh ist. Machen wir weiter mit dem Schnittlauch. Wichtig dabei. Oh. Also Schnittlauch roh geht klar. Du, wir brauchen ja nicht lange schnappen. Wir müssen ja hier ein bisschen vorankommen. Ich habe heute geplant. Falsches Gehirn. Ja, falsches Gehirn heißt falsches Gehirn, weil ich habe es so kennengelernt. Was man dafür braucht, ist ganz einfach. Also Schnittlauch sind einmal Tomate, einmal Alar, Alar, am besten die Bio-Alar und Zug-Zug. Zug-Zug ist kein kaputter Zug, sondern so heißt dieses Ding. Zug-Zug. Äh, ja. Falsches Gehirn. Wichtig ist natürlich, wir brauchen auch Flamme. Hier haben wir Flamme. Ich habe euch ja erzählt damals, habe ich ja mit, habe ich von Aldi bekommen. Und heute kriegt er quasi seine, seine Einweihung. Man kann hier, das ist halt ganz witzig, zum einen, oh, man kann es kaputt machen, ah, man kann zum einen diese Platten drauflegen. Ich glaube, dann kann man da einfach direkt was draufpacken, oder man nimmt es weg und kann dann halt ganz normal, wie, wie ich gehört, mit Flamme und hier so, weil man braucht ja ewig, bis das heiß ist, oder? Stellst du da die Pfanne nicht rauf? Oder bist du bescheuert? Ja, du tust es eher so zum Grillen, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Und da läuft das Fett schön hier rein und hier unten läuft es drunter und hier drunter sind, hier sind sogar, sind da so eine Fettauffangschalen? Ja, hier sind die Fettauffangschalen. Was ist das denn für eine Kacke hier? Wichtig natürlich auch bei Martin, Safety first. Man kann ja nicht so blöd denken, wie es manchmal kommt. Feuerlöcher mit genug Druck ist am Start. So, damit würde ich sagen, lecken wir einmal die Pfanne aus. Ah, eine schöne Bild, hallo, 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 hallo. So, sauber, schön. Was machen wir zuerst? Zuerst, ich schneide ein bisschen hier rum. Ich werde jetzt die Zucuk, Zucuk, werde ich jetzt vorbereiten. Natürlich standesgemäß. Ja, brauchen wir ein bisschen was, ein bisschen was Größeres. So, Achtung, wichtig natürlich hier auch Finger weg. Abstand einhalten, das ist natürlich wichtig. Bereit? Ja. Na, komm. Jetzt sehen wir auch mal hier Zucuk, ich habe noch nie Zucuk gegessen. Das ist Knoblauchwurst, oder? Das ist ein bisschen aus die Knete irgendwie. Ja, ein bisschen aus die Knete. Ein bisschen aus die Knete, ja. Wichtig ist, alle Rohstoffe einmal roh probieren. Oh, die hat Feuer. Kann sein. Oh, guck mal, ist aber schön jetzt. Das hau nicht wieder mit der Achse ständig rauf. Nein, mach ich nicht. Das ist nämlich eigentlich ein Schneidebrett hier. Guck mal, meine Achse ist so scharf, mit der kann man schneiden. Krass, oder? Jetzt riecht schon nach heißer Pfanne, ne? Geil. So, wir schneiden jetzt hier Zucuk. Der Punkt ist, sind sie klein genug oder kleiner? Kleiner, wa? Eigentlich müssen die doch so... Da wird ja eh, da zieht sie ein bisschen zusammen. Da kommt ja in die Feuchtigkeit raus, oder? Ich hätte die jetzt so gemacht. Guck mal, hier so. So hier, oder? Naja, die ist ja relativ... Schmierig. Schmierig, genau. Ja, schmierig. Der hat ja keine Struktur. Aber wie sieht denn ihr Hirn aus? Ihr Hirn hat ja relativ feine Maserungen. Und mir fällt gerade ein, wir vermerken hier ein Behältnis, wo wir das drauf. Wir möchten alle in der Pfanne. Ja, alle drinnen. Wenn es komisch stinkt, ist es die Pfanne, ne? Das soll ja auch schlotzig werden, oder nicht? Das soll ja schlotzig werden. Nicht so klein. Ach, nicht so klein. Ja, ist vorbei. Ja, gut. Dann Achtung, an heiß. Ah, hör mal, hör mal, hör mal. Ah, hör mal. Ah, schön mit Holzstücken. Wichtig ist, wie du die raubschmeißt. Ja. So, hier. Du musst noch ein bisschen Luft geziehen dabei. So, und auch ganz wichtig, unser Unterarm. So, Unterarmbrot. Ah! Hast du gesehen? Ah! Nicht getroffen. Ey, mich erinnert das gerade an... Weißt du, worum mich das erinnert gerade? Hundefutter? Ja. Ich freue mich mit dem Hundefutter. Nur, dass es nicht so scheiße riecht. Das stimmt. Und nicht so scheiße schmeckt. So, ich packe davon. So. Das ist übrigens eine sehr, sehr geile Arbeitsführung. Muss ich mal ganz klar sagen. Das haben wir echt gut gemacht, Chris. Wirklich. Ohne Scheiß. Eigenlob stinkt, ich weiß, aber... Feierkart. Kommt denn wieder zum Tomate? Warum kommt da Tomate rein? Weiß ich auch nicht, aber es heißt falsches Gehirn. Wichtig hier bei der Tomate ist, nicht die Tomate schneidet sich, also ich schneide, sondern Achtung, wenn du eine scharfe Gehirnstand hast... Sollte sich rein theoretisch, wenn es wirklich scharf ist... Ja, ein bisschen Zucuk noch abmachen hier. Achtung. Bereit? Ja. Wow, ist die Axt scharf. Ne, 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 du nicht. Du, du, du. Ah, ich mach nochmal einen zweiten Versuch. Bereit? Krass, die ist nicht scharf. Wir machen mal einen Messertest. Achtung. Ha! Nein, sind wir nicht. Jetzt ist immer die Axt, komm. Ist gut. Und fertig ist die Tomate. So, wir machen jetzt Tomate auch in... Also ich... Hör mal mit. Komm, wir probieren. Hier ist alles super. Boah, hast du dir ein bisschen heiß reingestellt? Es gibt da kein anderes heiß. Achso, meinst du, ein bisschen runter drehen? So, guck mal, sieht das schon ein bisschen aus wie Gehirn? Ja, ja, finde ich auch. Falsches Gehirn heute. Aus wie bei Hannibal. Man kann dann auch... Pass auf, das ist das Coole. Du brauchst dann nicht mehr groß... Gucke, gucke, gucke. Das ist wie ein Restaurant, ja, das ist. Ja. Ja, man hätte sich anders rumlegen müssen. Aber, und das ist das Geile, es geht viel schneller. Man darf nicht auf die Pelle hauen, habe ich gesehen. Und fertig ist die Tomate. Guck. Nenn mir einen, der schneller eine Tomate machen kann, als ich. Jetzt ist es ein Schnittlauch. Für den Schnittlauch habe ich ja ein Spezialwerkzeug. Eine sogenannte... Axt. Aber guck mal, das ist einfach, das ist wie groß. Ne, du! Wir sind hier bei Wood's Kitchen. Ich hatte gerade nur ein bisschen Angst um meinen Finger. Oh, der letzte war ein bisschen knapp. So. Also wenn du ein Ei reinhauen möchtest. Wo machen wir, wo machen wir die hin? Weil, ist ja, brauchen wir hier nicht. Mach auf der Hand. Mach ein bisschen Fett auf der Hand hier. Bitte eine Fetthand. Wah? So, Kicke. Aber wieso lassen wir die einfach da drin? Lass einfach. Wir machen jetzt mal so, wie ich denke. Ja, mach mal. So. Aber hast recht, es ist kross. Wir haben eine Tomate, wir haben ein Schnittlauch, brauchen wir Ei. Und jetzt kommt alles in Farnä. Also man macht so locker aus Angelenk. Hey! Hey! Bist du auch ein bisschen schade? Bist du auch ein bisschen schade? Ist da jetzt Ei drin? Achtung, ich mach ein Ei. Warte mal hier, Klos. Ja. Mach nochmal einen zweiten Versuch. Ja, mach mal. Zack. Aus einer Hand. Mit Schale. Mit Schale sogar. Aber wir alle wissen, in der Schale sind halt die weißen Vitamine drin. Und deswegen ist es so. Jetzt machen wir mal meine Art und Weise. Achtung. Nee. Wir machen. Die hat nicht geklappt. Ha! Da war keine Schale bei. Es ist die Axt, Leute. Es ist die Axt. So, und weil Vitamine wichtig sind. Soll ich lieber woanders machen? Aber ich mag. Ah! Ist geil, wie das so aus dem Mund rausläuft. Ah! Gut, dass ich eine Schürze ab... Und jetzt? Mach mir eine Vermengung. Machen wir eine Vermengung. Das ist mal eine Arbeitshöhe, mit der ich arbeiten kann hier. Geht eigentlich? Ein bisschen heiß hier. Ist okay aus. Noch. Aber das heißt ja, falsche Tierhirn und nicht falscher Zutjuk. Oh, ich glaube, unser Ei-Brett an. Unser Ei-Brett an. Ich mache jetzt die Tomate rein. Achtung. Bist du bereit? Tomate. 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 Das finde ich geil. Das ist kochen. Absolut. Ja. Geisteskrank. Das ist für mich... Oh. Schmeckt gut. Tatsächlich. Nicht zu wensrig. Man muss nämlich wissen, auch wenn ich jetzt nicht der gute Koch bin, aber ich habe einen guten Geschmackssalat. Also ich weiß, was schmeckt und was nicht schmeckt. So, wir haben noch mal ein bisschen Tomate. Achtung. Aua. Hehehe. So. Denn es heißt ja falsches Gehirn, weil... Übrigens, das Fett ist weg, ne? Kein Fett mehr da. Hat sich aufgesungen. Gut, dass wir es drin gelassen haben. Denn Fett ist ein Geschmacksträger. Darauf einen Schluck Wein. Ich habe immer das Gefühl, alle Köche saufen. Sorry, Pascal. Nicht persönlich nehmen, aber ich habe immer das Gefühl, in den Kochschosen, also Alfred Biolek zum Beispiel... Gut, der Hänseler, da weiß ich es nicht. So. Was sagst du, Chris? Mir fehlt noch ein bisschen grün da drin. Grün. Ja, du hast recht. Aber die Tomate muss noch ein bisschen zergehen, ein bisschen mehr weniger werden. Ich muss mal kurz einmal riechen. Ach, riecht doch Gas. So. Wir können auch noch mal ein bisschen hier, ein bisschen... Guck mal, das sieht aus wie so eine... Kennst du diese, diese, diese... Hier diese Bleche, bei die Chefkochst immer nehmen? Ja, ja, ja. Wirklich das aus hier. Guck mal, kannst du hier so... Da ist das Blech eigentlich an sich. Du hast auch diese, diese Rundung da drin. Es gibt natürlich heute auch eine, eine Komposition, die ich schon vorbereitet habe. Es wird quasi ein... Ich suche immer eine etwas gegensätzliche Geschmacksrichtung. Meine Hütten bietet die Scheiße aus. Geschmacksrichtung. Und es... Lass uns überraschen. Ich habe mit einem Einhornhändler gesprochen. Dieser Einhornhändler hat mir etwas vom Einhorn zukommen lassen. Das gibt es so nur einmal auf der Welt. Habe ich für euch organisiert. Ihr dürft gespannt sein. Gleich kommt es. Aber ich muss es erst, wenn das fertig ist. Es ist quasi eine Beilage. Wie wollen wir es beschreiben? Also pass auf, wir wollten eigentlich erst... Guck mal, wir wollten heute eigentlich noch ein paar Kartoffeln dazu machen. Problem ist aber, es gab keine Kartoffeln einzeln, sondern nur in Säcken. Ich brauche aber keine zwölf Kartoffeln oder vierzehn Kartoffeln, sondern nur ein paar. Deshalb habe ich was vorbereitet. So, und damit quasi das hier drinnen so ein bisschen salzig ist, so ein bisschen Würze hat, haben wir hier einfach schon mal was vorbereitet. Achtung! Bereit? Jeder weiß es, jeder kennt es. Röstzwiebeln, geil. Und glaub mir, Kartoffelchips in Riffelform. Denn was ist wichtig? Genau, der Crunch. Aber ich finde, da geht noch ein bisschen was. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich würde jetzt tatsächlich noch ein bisschen Crunch... Ich habe da mal was vorbereitet. Ach du, schönes Essen, du. Ey, ihr habt, ohne Scheiß, lass, du, lass dir alle erzählen. Ja. Aber, was ist die wichtigste Zutat beim Kochen, beim Essen? Salz. Was hat Kartoffelchips? Salz. Kartoffeln hatten sie nicht in kleinsten Mengen, deshalb habe ich gesagt, komm, bevor wir wieder einen ganzen Sack kaufen, den wieder wegschmeißen, machen wir einfach das, was jeder kann und pimpen unser Essen einfach auf eine schnelle Art und Weise. Äh, Urban Meats Wood. Also quasi, wir sind hier auf so einem... Machen? Die Mexikaner machen es auch so, oder nicht? Ah, es ist wie, es ist wie diese, wie heißt das, Molecular-Küche da, hier, dieses Alternative, wir probieren was aus, Ding, das ist doch auch nichts anderes. Die frieren halt irgendwas ein und dann sagen sie so, oh, wow, voll toll, mit Rauchemut und so. Molecular-Biologie meinst du, glaube ich, ne? So, kann niemand sagen, wir hätten nicht... Guck mal, jetzt mal, mal Real Talk. Huck mal dein Handy raus, wir müssen ein Foto machen. Von der Optik her jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das jemals nochmal so aussehen würde. Das ist wohl wahr. Wer hätte es gedacht, es sieht essbar aus. Okay, gut. Hallo, Kataschenken. Aber duftet wirklich. Ey, aber jetzt mal, Real Talk, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Wie lange sind wir jetzt online? Äh, 30 Minuten. Haben wir 30 Minuten, haben wir so ein Essen gezaubert. Vollwertiges Essen. Vollwertig, ausgewogen, grün, rot. Man soll ja in ganz vielen Farben essen, habe ich gelesen. Ist ein Ampel-Essen. Ganz, ganz viel. Aber ich würde es noch ein bisschen gehen lassen. Ein bisschen ziehen lassen. Ein bisschen ziehen lassen, so. Ich werde jetzt gleich wunderschön anrichten. Achtung. Na, gucke mal. Ist dir jetzt übrigens klar, warum das falsches Gehirn heißt? Aber wenn du glaubst, dass... Nee. Wenn du glaubst, dass das schon alles war. Nein. Dann hab ich mich geirrt. Dann hast du dich richtig geirrt. So, wir machen jetzt ein bisschen... Ich bin ja auch so ein Freund von Deko. Du, ja, Deko ist wichtig. Aber... Garnitur. Okay, gut. Muss man ja nicht mitessen, ne? Nee, Garnitur. Soll ich dir noch einen Stock organisieren hier irgendwo? Ein bisschen Holz raufraspeln. Et voilà. Ob ich Garnitur... Nein, das ist Quatsch. Das ist ja Quatsch. Das ist Bullshit. Das ist... Hier ist so ein bisschen eier. Und jetzt kommen wir zu der absoluten, einzigartigen Zutat, die dieses Essen erst zu dem machen, was es ist. Bist du bereit? Ihr könnt ja mal raten, was jetzt kommt. Ja, genau. Ihr könnt ja mal raten, was jetzt kommt. Also klar, wichtig ist natürlich Kartoffelchips. Nochmal so, falls du sagst, okay? Falls du sagst, okay. Das sind jetzt die Kartoffeln. Aber jetzt... Achtung. Wie gesagt, ich war bei einem Einhornhändler. Seid ihr bereit? Ich wette... Lass die mal raten. Ich bin gespannt. Ja, die meisten schreiben Ketchup, Bruntime, Brot... Nein, nein, nein. Brot? Es ist... Geh mal in den Keller. Ah, da geht's runter. Da jetzt alles was... Warte, warte, warte. Ich hab's! Warte, ich muss die Klappe noch zu machen. So, Freunde, ich hab hier was. Ja, ihr seht richtig. Es ist tatsächlich... Achtung. Oh, das hat nicht funktioniert. Und zwar... Bereit? Es ist ein Einhornbagel. Ja, es ist, was es ist. Es ist ein Einhornbagel. Und jetzt, mein Freund, aber nur jetzt, jetzt ist dein Essen fertig. Lieber Chris, du bist der Erste, der einer... Du kannst, ich werd's doch einfach alleine machen hier. Ich hab mir auf Spaghetti gefreut, das krieg ich hier so eine Kacke. Warum geht er jetzt? Habt ihr schon mal einen Einhornbagel gehabt? Chris? Ich hab auch noch nie in meinem Leben Bagel überhaupt gegessen. Ich weiß gar nicht, ob... Du weißt nicht, Bagel? Das ist einfach nur ein Brot, ne? Das ist ein Bagel. Boah, ist das heiß. Ich hab natürlich auch was zum Essen hier. Ein Göffel. Aber sei ehrlich, ne? Mmh, Kartoffelchips. Voll den Ketchup raus, komm. Hä? Noch hab ich nicht probiert. Mmh, kennst du die Szene aus Ratatouille? Wo er so einmal reinbeißt und dann die ganzen Geschmacksknospen sich kombinieren, wenn es so eine Explosion ist? Das hast du nicht. Hab ich nicht, ne? Ja. Okay, komm her. Äh, ähm, das hier. Ja? Das ist gut, aber... Naja. Ich hätte gedacht, dass der Crunch noch mal da ist, aber... Ich glaub, bei dem fehlt dann so ein bisschen die Gewürze, weil es ist ja nicht gewürzt. Boah, wisst ihr, wie salzig das ist? Das ist ultra gewürzt. Durch die Zutat und durch die Chips. Das ist ultra salzig. Hätte ich nie gedacht. Aber ganz ehrlich, das hab ich gemacht. Und man kann's essen. Das ist meine Zutat. Okay. Ich mach nur ein bisschen. Ja, mach nur ein bisschen. In die Ecke. In die Ecke, Besen, Besen. Hast du eigentlich irgendwas von dem Ei gemerkt? Äh, ein bisschen, ja. Ich hab mir das Ei vorgestellt und dann hab ich auch ein bisschen was gemerkt. Ich finde, die Wurst ist ganz schön krass. Die übertönt alles so. Ja, ja, stimmt. Die Wurst war zu viel. Da hätte auch eine von denen gereicht. Das ist ja wie, wenn du... Wenn du Ei mit Speck machst, so haust du ein bisschen Speck rein. Ja. Aber da hat es ja... Wie zu 80% aus Sucuk. Wir hätten halt Bagel noch reinhauen sollen. Ja. Aber guck mal, wie geil das aussieht. Also mal abgesehen davon, ne? Ich bin ja so ein... Mich kriegst du ja damit. Hier. Wie geil. Ihr dürft gespannt sein. Nächste Woche legen wir noch einen drauf. Das war ja heute nur so ein Probekochen. So ganz spontan. Eigentlich wollten wir zusammen einen Greenscreen streichen. Hei, hei, ist der denn schon gemacht? Sorry, ich übersetze. Ich habe ja gestern schon gemacht. Ah, ja, ist doch mal. Hey, jetzt doch mit dem Ketchup mit Ketchup. Oh, hier mit. Ich werde mal so mit der Woche in mir einen Schnitzel laufen. Äh, einen Löffel schnitzen. Einfach, weil... Ne, ich finde es geil. Guck mal, ist doch auch geil ein Löffel. Also wenn ihr Ideen habt für golde... Goldene Hochzeit. Mit vollem Mund redet man nicht. Mit geilen Holzsachen. Also wenn ihr Pakete habt oder Ideen habt oder ihr habt noch einen Holzlöffel rumzuliegen, aber wirklich nur, wenn ihr was übrig habt, immer her damit. Sehr, sehr gerne. Dann können wir das hier für Wutz Kitchen verwenden. Also, einen Holzlöffel, eine Holzgabel, ein Holzgefäß, also zum Trinken. Zurück zu dir. Wenn du jetzt eine Entscheidung treffen müsstest, zwischen eins und fünf. Fünf, okay. Fünf ist das Beste. Fünf ist das Beste. Also fünf Sterne quasi dann. Eins. Naja, Potenzial nach oben ist natürlich noch vorhanden. Ja, natürlich. Ja, das wissen wir alle. Aber danke daran, und das ist ganz wichtig, was du in deine Entscheidung einfließen lassen solltest. Ich habe. Ich habe gekocht. Wie oft habe ich in deinem Leben... Hast du mich schon mal kochen sehen? Nein. Nein. Also, es gibt normalerweise immer Eintopf. Es gibt Dose, Dose, und das rühren wir um, und das ist unser Kochen. Also, darf man hier nicht vergessen, ich habe heute aktiv das erste Mal live und vor Christ gekocht. Das ist wie zusammen... Hast du ein super Rühreil gemacht heute, ja? Hey. Einmal frei. Ich kann dir zwei Punkte geben. Falsches Gehirn bekommt von dir... Zwei Punkte. Zwei Punkte. Ja. Das macht mich traurig. Nein. Nein. Alles gut. Nein, es macht mich nicht traurig. Es spornt mich an. Es sagt mir, hey, da geht mehr. Nächste Woche Asia-Wochen. Hast du einen Wunsch? Die Leute haben alles geschrieben. Jetzt bist du an der Reihe. Hast du einen Wunsch? Du darfst dir was wünschen. Ob es passiert, weiß ich nicht. Mhm. Ja? Ich habe noch nie in meinem Leben Sushi gegessen. Du kannst mich mal. Ich mache hier keinen Sushi. Dann kann ich dir auch einfach... Nee. Weißt du, wie... Es gibt eine Ausbildung zum Sushi-Master, die dauert sechs Jahre. Meinst du, ich mache jetzt hier nächste Woche einen auf Sushi? Das wird doch nichts. Ich kann dir Reis kochen. Kann ich dir Reis kochen, und dann lege ich dir da ein Stück Lachs drauf. Nee, das muss schon irgendwas anspruchsvolles sein. Aha. Seid ihr auch für Sushi? Ja, ich bin für Sushi. Asia-Wochen nächste Woche Sushi? Oh, wir machen Insekten-Sushi. Das ist es. Kugelfisch. Ja? Ja, super. Er kostet es. Gut. Freunde. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wir sind bei der letzten... Nicht bei der letzten. Wir sind bei der... Ich glaube, wir müssen echt nicht auf Klo, ne? Warum jetzt? Dann drücken wir es hin. Echt? Ja. Dann würde ich sagen, verabschiede dich. Da ist die Zebra-Rolle. Boah, jetzt erst mal nichts mehr zu essen, weil mir reicht es mit dem Essen. Gut. Und während Chris sich jetzt darum kümmert, dass er seinen Darm leer bekommt, werde ich jetzt noch ein bisschen Zucuk mit... was auch immer essen. So. Huda! Aua. Ja, boah, ich habe mich wehgetan. Ich bin so eine Bohle. Und auf die bin ich jetzt rausgefallen. Aua! So. Das war mal ein klassischer... Das war mal ein klassischer Abgang. So, jetzt aber wirklich. Macht's gut, Freunde. Tschüssi. Digital-Umarmung. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich. Er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.